Willkommen auf dem Kanal des FC Köln. Hier findet ihr den besten Inhalt über unseren geliebten Fußballverein. Vergesst nicht, das Video zu liken und die neuesten Nachrichten und aufregenden Momente mit zu verfolgen. Gemeinsam unterstützen wir den FC Köln auf dem Weg zum Sieg. Erfolgreich, aber schmerzhaft, auf diesen einfachen Nenner lässt sich das Testspiel des FC Köln gegen den Ligue 1, Club FC Nantes bringen. Zwei böse Fäuste der Franzosen, zwei Auswechslungen, das ist die negative Seite dieser 90 Minuten. Sowohl Kölns Dejan Ljubicic, Einblutung, als auch Teamkollege Liert-Pakarada, Ferdekus, wurden bei der Generalprobe gegen Ligue 1, Vertreter und Opfer der harten Gangart und mussten beide nach rund einer halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden. Zwar gab Trainer Steffen Baumgart nach der Partieverhalten Entwarnung, beide scheinen für Mittwoch auf einem guten Weg zu sein. Aber ich will hier keine genauen Prognosen abgeben. Aber einverstanden mit der Spielweise der Franzosen, die bereits in der kommenden Woche Saisonbeginn haben, war niemand in Köln. Sportlich freilich konnte man mit einer Menge zufrieden sein. Baumgart ordnete sein Team in einer 4-1-3-2-Formation an, die eine Raute, Florian Kainz auf der 10, Eric Martl auf der 6, Ljubicic und Denis Husainbasic auf den Halbpositionen ähnelte, aber nicht wirklich eine war, weil die Halbspieler meist höher standen als Kainz, der wiederum fließend die Rolle mit dem hinter die Weselke postierten Luka Waldschmidt tauschte. Frühes und konsequentes Anlaufen des gegnerischen Aufbaus zwang Nantes immer wieder zu langen Bällen, die meist sichere Beute der Kölner Abwehr wurden, in der Julian Schabot und Timo Hübers, von einigen Flüchtigkeitsfehlern abgesehen, in der Innenverteidigung überzeugten. Verzeichnete Nantes in der ersten Hälfte noch die besseren Chancen, befreiten sich die Geißbücke nach und nach und kamen ihrerseits zu hochkarätigen Möglichkeiten. Anfangs habe man noch ungenau agiert, nicht konsequent und zielgerichtet bei Flanken und den letzten Pässen, monierte Kainz, beruhigte aber sofort, das kommt mit der Frische. Wir haben in der vergangenen Woche noch einmal richtig hart trainiert. Wenn wir kommende Woche den normalen Rhythmus haben, sind wir gut gewappnet fürs Pokalspiel. Möglicherweise kann der Trainer dann auf die deutliche Ansprache verzichten, die er gegen Nantes in der Halbzeitpause noch bemühen musste. Er hat schon deutlich angesprochen, dass wir mehr die Tiefe suchen sollen. Und es hat ja sofort funktioniert, wie immer, wenn der Trainer was sagt, lachte Kainz. Waldschmidt, dem Neuzugang aus Wolfsburg, blieb es vorbehalten, mit dem Führungstreffer das Momentum auf die Kölner Seite zu ziehen. Dabei zeigte sich der Lockenkopf erneut als kaltblütiger Vollstrecker, der im Strafraum in der Lage ist, schnell Lösungen zu finden. Nach diesem Tor dominierte der FC die Partie fast nach Belieben, Waldschmidt alleine hätte die Partie frühzeitig entscheiden können, vergab noch zweimal knapp. Er ist ein sehr guter Spieler, eine Bereicherung, lobte Kainz und fügt an, mit ihm und Marc Uth haben wir viele Möglichkeiten in der Offensive. Zu diesen Möglichkeiten gesellt sich plötzlich auch Sages Adamian, er scheint angekommen zu sein, sagt Steffen Baumgart über den Schützen zum 2 zu 0, er hat es heute sehr gut gemacht. Zufriedenheit also nach diesem Härtetest, auch weil die Lernkurve der Spieler stimmte. Jetzt, so Steffen Baumgart Schlusssatz, hoffe ich, dass alle gesund bleiben und dass wir erfolgreichen Fußball spielen werden. Und dass die Leute häufiger zufrieden heimgehen als unzufrieden. Lasst uns gemeinsam den FC Köln immer unterstützen. Verpasse keine einzige Spielszene und bleibe dran, um noch mehr Emotionen zu erleben. Bis zum nächsten Mal.